Hey, meint ihr das? Also ich weiß nicht. Das war diese Luftballon. Ich bin Maria und ich werde euch heute zeigen, wie man Pupsmaschinen bastelt. Und das hier war schon die erste. Geht ganz einfach mit einem Luftballon. Für die erste Maschine braucht ihr ja wirklich auch gar nicht mehr. Nur einen Luftballon. Den pustet ihr auf. So, und dann müsst ihr hier oben eigentlich nur das auseinanderziehen und dann ganz langsam die Luft rauslassen. Geht ganz einfach. Unsere nächste Pupsmaschine geht eigentlich auch total einfach. Ihr braucht nur ein paar mehr Sachen. Das erste, was ihr macht, ihr nehmt euch hier diesen Bügel und schneidet euch das untere Teil hier raus. Als erstes braucht ihr so eine Blechschere. Lasst euch da auf jeden Fall von einem Erwachsenen helfen. Das ist nämlich echt ein spitzer und scharfer Gegenstand. Ich werde zur Sicherheit so eine Brille aufsetzen. Bin ich nämlich geschützt. So. Okay. Und hier unten müsst ihr dann erstmal durchschneiden. So, dann die andere Seite auch. So. Perfekt. Dann habt ihr hier am Ende so einen langen Stab. Da müsst ihr jetzt an zwei Stellen ungefähr hier nach oben biegen. Dafür haben wir die andere Zange. So. Und dass dann hier ungefähr der gleiche Abstand ist, dann auch hier. Dann habt ihr hier eigentlich so eine U-Form. Dann müsst ihr hier oben die Stücke nach außen drücken. Das heißt, ihr packt das einfach hier und drückt einmal nach außen. Wenn ihr das dann fertig habt, dann sieht das so aus. Als nächstes braucht ihr so einen Schlüsselring und ein Gummiband. Das fädelt ihr dann einfach einmal hier so durch. So. Und genau das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Auch da hier das Gummiband durch den Ring und dann hier drüber fädeln. Und dann spannt ihr das quasi hier so dazwischen. So sieht das dann aus. So. Und jetzt dreht ihr euren Ring. So. Und dann haltet ihr das erst mal fest und dann müsst ihr euch da draufsetzen. Moment. So. Und wenn ihr jetzt aufsteht, hört mal hin. Tada! Und da haben wir auch schon unsere nächste Pustmaschine fertig. Und für die dritte braucht ihr auch nur super wenige Sachen und wahrscheinlich habt ihr sogar auch alles zu Hause. Als erstes nehmt ihr euch einen Bleistift und wickelt das Papier hier außen rum. Und dann klebt ihr das hier hier ran. Und dann fällt der Stift wahrscheinlich sowieso schon raus. Und jetzt müsst ihr hier oben einschneiden. Also hier einmal reinschneiden. Das macht ihr dann auf der anderen Seite auch. Und dann sieht das aus wie hier so ein Pfeil. Und dann klappt ihr das dann noch einmal um. Und dann müsst ihr hier einfach dran ziehen. Funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Und ich werde jetzt erst mal unseren Kameramann ärgern. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wen ihr so damit geärgert habt. Und ob es funktioniert hat. Und abonniert unseren Kanal. Dann verpasst ihr auch echt keine Videos mehr. Und damit bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.